Ja Leute, jetzt für euch im Test die Leslie Scissorman, also Scherenmann. Ja Leute, jetzt für euch im Test die Leslie Scissorman. Ja Leute, jetzt für euch im Test die Leslie Scissorman. Die war doch mal richtig, richtig nice. Schöne Blinkerbatterie, Blinkermischbatterie. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig toll.